Willkommen, schön, dass wir dabei sind beim DAX-Check am Montag. Wir starten in die neue Handelswoche. Neben mir Thomas Bergmann, hallo. Am Freitag haben wir noch mal verloren. 1,3 Prozent, so ein bisschen die Gemengelage hat sich wieder ins Negative gedriftet oder hat uns wieder ins Negative driften lassen. Heute geht es aber wieder bergauf. 0,1 Prozent eigentlich ziemlich genau. 11.808 Punkte, das ist der aktuelle Stand. Wir sind unter 11,7 am Freitag aus dem Handel. Jetzt sind wir wieder über 11,8. Alles wieder gut? Ja, ich sage mal so, die 200-Tage-Linie hat gehalten. Das war, denke ich mal, für viele, die da charttechnisch unterwegs sind, ein wichtiger Punkt. Die Verkaufswellen oder es wurden keine weiteren Stop-Loss-Orders groß ausgeübt. Ich sage mal, wir waren ja bei 11,5,60. Aber es gab eben da einige Käufer und von daher hat sich jetzt erst mal die Lage beruhigt. Es gab auch keine neuen schlechten Meldungen, sage ich mal. Klar, es gab jetzt Salzgitter heute Morgen, war jetzt nicht so toll. Aber es gibt auch positive Meldungen. Bayer am Freitag ja mit dem starken Anstieg heute auch noch mal als Schwergewicht vorne dabei. Und das sorgt für eine gewisse Stabilität eben in dem Bereich von der 200-Tage-Linie. Und wir haben jetzt auch wieder dieses Tief vom ersten Handelstag im Juni wieder überschritten. Vorsichtige Erholungsversuche, weil wir wissen, dass es durchaus schnell gehen kann. Aber es deutet sich mal eine gewisse Bodenbildung in dem Bereich an, was sehr positiv zu werden ist. Aber so eine klassische v-förmige Erholung, damit rechnest du jetzt auch nicht? Naja, also das muss dann aber sehr schnell gehen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo das jetzt groß herkommen kann. Klar, wir führen immer die negativen Renditen für die Zehnjährigen an. Mittlerweile sind ja auch die 30-Jährigen im Minus. Also die deutschen Bundesanleihen. Und wenn ich da eine Alternative brauche, dann muss ich normalerweise in Aktien gehen. Das ist ja das Argument oder ein wesentliches Argument. Die Bewertungen sind zurückgekommen durch den Absturz. Allerdings sind auch die Gewinnschätzungen zurückgekommen. Und von daher brauchen wir neue Impulse vom Handelsstreit. Vielleicht vom Brexit soll ja Bemühungen geben, da Boris Johnson nochmal zum Umdenken zu bewegen. Also es ist schon einiges, was da auf den deutschen Markt zukommt. Auch Italien darf man nicht vergessen, was einer der Gründe war am Freitag, dass wir da abgestürzt sind, dass es da eine neue Regierungskrise gibt. Also viele sagen ja, Europa sei ein Pulverfass. Ja, es ist einfach nicht mehr so leicht wie vielleicht vor ein, zwei Jahren. Da war es ruhiger, sage ich mal. Also lohnt es sich jeden Tag auf den DAX zu blicken. Wir werden es morgen an der Stelle auch noch tun. Ganz kurz noch, was macht der Anleger im Moment? Also wir sind am überlegen, ob wir, also wir haben ja das erste Gap geschlossen, was wir in diesem Absturz gesehen hatten. Da ist noch ein zweites offen, knapp oberhalb von 12.000 Punkten. Das könnte man durchaus vielleicht mal in Angriff nehmen. Wir werden uns nochmal kurz schließen in der Reaktion, nochmal Gedanken machen. Vielleicht kann es sein, dass wir morgen dann ein Produkt an dieser Stelle vorstellen. Okay, dann erstmal danke für heute, Thomas. Sehr gerne. Danke auch Ihnen. Bis morgen. Machen Sie es gut.